Hi zusammen, willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind auf der Chocobo Farm angekommen. Und da oben geht's noch. Hör doch mal, ich geh erstmal hier oben. Ja, wir haben jetzt den Auftrag bekommen, dass wir den entlaufenden Chocobo sammeln müssen. Oh, da haben wir ja noch was. Und dafür kriegen wir ihn dann geschenkt. Also wir können ihn behalten, den Chocobo. Eine Morée-Medaille, sehr gut. Bin mal gespannt, wann und wo ich die einsetzen kann. Und dann haben wir ein permanentes Reittier. Ja, wie geil ist das denn? Ich entschuldige mich für meinen Bruder. Er hat nichts als Geld im Kopf. Er macht nur seinen Job. Wir verstehen das. Ja, das stimmt. Aber es ist schlimmer geworden, seit Mama und Papa nicht mehr da sind. Sag mal, kommt ihr aus Midgar? Genau, aus den Slums dort. Dann, kennt ihr Chocobo Sam? Kennen würde ich nicht sagen. Wir hatten mal mit ihm zu tun. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Vermutlich in den Slums von Sektor 6. Auf dem Walba... Versuchst du, ihn zu finden? Hm, vielleicht. Ich weiß nicht genau. Er ist schuld daran, dass Mama und Papa nicht mehr da sind. Chloe, das geht unsere Kunden nichts an. Ich dachte doch nur... Verhaltet die Sache bitte für euch. Sam ist eine wichtige Größe in der Chocobo-Branche. Wenn wir Gerüchte über ihn verbreiten, macht er uns kalt. Keine Sorge. Unsere Lippen sind versiegelt. Ihr wollt Pico einfangen, oder? Versucht ihm das hier zu geben. Pico liebt dieses Gemüse über alles. Vielleicht erinnert es ihn an uns und er kommt zurück. Gut, dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Mein Bruder hat zwar gesagt, dass ihr unbedingt etwas kaufen müsst, aber tut das wirklich nur, wenn euch etwas gefällt. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich tausche auch Goldfedern gegen Chocobo-Ausrüstung um. Wenn ihr welche habt, bringt sie also gerne her. Süß. Chloe verkauft ihr im Laden auf der Chocobo-Form Accessoires für die gelben Reitvögel. Die Accessoires kannst du mit Goldfedern erwerben. Diese Federn erhältst du zum Beispiel, wenn du Chocobo-Haltestellen wieder instand setzt. Auch schön. Magisches Pulver. Ah, Lorbeer. Okay. Das war ganz schön teuer. Das ist richtig teuer. Wir kaufen ein Majoran. So. Was haben wir denn hier? Ein Shinra-Reitvogelhelm. Eine Kopfbedeckung, die von Shinra-Chocobo-Einheiten verwendet wird. Oh nein. Ein Brustpanzer, der von Shinra-Chocobo-Einheiten verwendet wird und ein Beinharnisch, der von Shinra-Chocobo-Einheiten verwendet wird. Das sieht voll fies aus. Dankeschön. So, Chocobo-Spuren. Dann suchen wir mal diesen Piep-Matz. Sein Name ist Pico. Haltet Ausschau nach seinen Fußspuren. Ja, wo sieht man die denn am besten auf dem Weg, schätze ich, ja? Die markieren. Da haben wir Goldfedern. Ja, nee. Story. Oha. Ich hab Kalm. Ah, guck mal. Wo auf das steigere ist. Chocobo-Spuren. Ich geh jetzt einfach mal da, wo die Karte mich hinführt. Wo hab ich denn hier runter, da? Schön. Ist die da die Spur? Ich stehe da da nix. Egal. Wo sind ja die Chocobo-Checkpoints, bitte. Ist jetzt die Frage. Weil ich denke, man kann auch schnell reisen, auf jeden Fall. Sei doch noch lauter. Oh, süß. Nö. Nö, nicht Pico oder dass er oder die anderen Chocobos dich bemerken. Äh, falls die argwöhnisch werden, kannst du nicht per Ausweichrolle schnell aus dem Staub machen. Du hast die Möglichkeit, rumliegende Steine mit L und Quadrat zu werfen, um Chocobos abzulenken. Wo liegen denn die Steine? Der ist eingeschlafen. Alter, was für ein Stein ist das? Ja. Oh Gott, wie es vibriert. Das ging aber schnell. Oh, süß. Wie? Jetzt steigt er schon wieder ab. Mein Pico. Oh, deine Gruppe hat 5 EP erhalten. Ja, und es gibt dieser Kraut. Oh, der ist so süß. Liebe Chocobos. Wie süß. So wild war der jetzt auch nicht. Es stimmt. Er ähnelt ihm. Wow. Was ist? Was will er? Ich glaube, er hat immer noch Hunger. Tut mir leid. Wir haben nichts mehr. Aber daheim auf der Farm, da gibt's Futter. Er scheint tatsächlich zurückzuweilen. Ihm nach. Boah, ist der schnell. Die Musik, ey. Ah, ist das schön. Ich find's wie gesagt echt schön, dass das Spiel sich so Zeit nimmt für sowas. Und ich einfach nur von Actionhöhe. Punkt zu Actionhöhe. Punkt durchangelt, weil da gibt's auf jeden Fall später noch genug von. Das sag ich euch. Wir sind wieder da mit Pico. Mein Pico. Da ist er ja. Hattest wohl Heimweh. Was? Geht's dir jetzt besser? Hm. Hm. Nicht ein Kratzer. Sieht gut aus. Besser als zuvor, muss ich sagen. Können wir los? Pico ist ziemlich hungrig und hat deswegen schlechte Laune. Wenn er erst mal gefressen hat, beruhigt er sich aber schnell wieder. Dann sollte es gehen. Guter Junge. Ich bereite alles für euch vor. Wartet doch so lange draußen. Das ist eigentlich schon ein bisschen krass. Du kriegst dir so ein Vieh geschenkt. Einfach mal nur dafür, dass man ihn zurückbringt oder ganz kurz auf ihn draufsetzt. Vielen lieben Dank, dass ihr Pico zurückgebracht habt. Ey, ich hol mir den Vogelkürass. Wenn du die Ausrüstung deiner Schoko-Bus wechseln möchtest, kannst du das in der Schoko-Box dort tun. Schoko-Box. Aha. Schoko-Box. Schoko-Bo. Alles klar. Was? Ach, guck mal. Ähm, ja? Ich bin es. Chadley. Der Gude. Du hast mich doch nicht vergessen, oder? Natürlich nicht. Der hat es die coolen Bestia gegeben. Ausgezeichnet. Noch einmal vielen Dank für all die Kampfberichte. Das hat mir sehr geholfen. Dank dir konnte ich unterschiedlichste Materia synthetisieren. Ich registriere ein Gefühl der Verwirrung. Du fragst dich, was ich hier will. Ich bin ein von Professor Hojo erschaffener Cyborg. Was? Eure Emotionen zu lesen ist ein Kinderspiel für mich. Nun, ich habe mir ein Beispiel an euch genommen und Midgar verlassen. Denn ich habe beschlossen, die Welt zu sehen. Cloud, in dieser Sache habe ich auch gleich eine kleine Bitte an dich. Du willst mehr Kampfdaten, oder? Scharf sind ich wie immer. Ich bin beeindruckt. Doch, zuerst müssen wir die Funktürme aktivieren. Sie wurden einstmals von der Republik Junon errichtet, doch dann von Shinra beschlagnahmt. Genutzt hat Shinra die Türme allerdings nie. Daher will ich sie mir nun schnappen. Je mehr dieser Türme wieder in Betrieb sind, desto leistungsfähiger werde ich. Er ist ein Cyborg. Und es gibt mehr Gebiete kann ich erfassen. Ich könnte ein Kommunikationsnetzwerk außerhalb von Shinras Reichweite errichten. Hilfst du mir? Es hätte auch für dich sicher große Vorteile. Hm. Ich sehe, was ich tun kann. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Lass uns gleich anfangen. Sieh mal, dort drüben ist schon der erste Funkturm. Aha. Hiermit kannst du ihn einschalten. Komm schon. Ich zeige dir, wie es funktioniert. Bisschen klugscheißen. Übrigens, ein Cyborg ist ja eigentlich nur ein verbesserter Mensch durch maschinelle Parts. Also, du bist ja quasi schon ein Cyborg, wenn du einen Herzschrittmacher hast. Er ist halt immer noch menschlich, aber er hat auf jeden Fall mechanische Verbesserungen an sich. Ein Android wiederum ist ein menschenähnlicher Roboter. Und ein Roboter ist halt ein Roboter. Nur maschinell. Interessant. Yeah. Die machen aber auch um alles so ein Terz. Das ist voll geil. Alles ist irgendwie so super in Szene gesetzt. Ich will auch so eine Brille. Aktivierung bestätigt. Gut. Beginne mit der Analyse der Graslande. Ich suche das Gebiet nach Rohstoffen und einheimischen Kreaturen ab. Voll geil. Willkommen bei Assassin's Creed. Alter, da sehe ich jetzt die ganzen... Auf Grundlage der Daten habe ich neue Aufträge für dich entwickelt, Cloud. Ich nenne sie Weltberichte. Okay, Chadli speist Informationen aus der ganzen Welt in seine Datenbank ein und entwickelt auf Grundlage ihrer Auswertung unter anderem neue Materia oder Programme für den Kampfsimulator. Hilfe nur bei dem du seine Mission erfüllst und den Analysefortschritten in einzelnen Regionen vorantreibst. Neue Forschungsaufträge erhältst du, wenn du einen Funkturm aktivierst. Sobald du einen entdeckst, kletterst du am besten direkt drauf. Ich möchte dich bitten, auf deiner Reise eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen, Cloud. Na klar. Auf Grundlage der so gewonnenen Daten wird es mir möglich sein, neue Materia zu entwickeln. Du wärst also so etwas wie mein Forschungspartner. Hast du noch irgendwelche Fragen, die du mir stellen möchtest? Ne, eigentlich nicht. Gut, dann lass uns keine weitere Zeit verlieren. Durch die Aktivierung des Turms habe ich bereits einige Informationen über die Graslande erhalten. Diese Daten kann ich nun zur Entwicklung einer Materia verwenden. Und du darfst wählen, welche. Oha. Glut und Frost. Automatischer Einsatz von Magie. Morphen. Ermöglichen Einsatz der Fertigkeit. Morphen verwandelt den Gegnern ein Gegenstand, wenn seine TP einen bestimmten Wert unterschritten haben. Voll mies, die arben Viecher. Sitzt automatisch die Spezialfähigkeit ein, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Tiefer benutzt darüber hinaus Entfesslung, wenn diese Materia eingesetzt wird. Oh, das ist cool. Also dann, ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Reise. Ich werde dich natürlich nach Kräften unterstützen. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. So was meine ich, dass man das einstellen kann. Was ist das denn? Der Kampf Simulator. Mit dem Kampf Simulator kannst du dich zahlreichen virtuellen Kämpfen stellen. Natürlich die entsprechenden Kampfaufträge für Chadley, damit er, damit dieser aus den gewonnenen Daten neue Kampfprogramme für den Simulator entwickeln kann. Spezielle S-Bar-Kräfte, die dir bei einem Sieg einer Beschwerer Materia für entsprechende S-Bar bescheren, werden automatisch hinzugefügt, wenn du eine neue Region betrittst. Sprich mit Chadley, wenn du ihn triffst, um Zugriff auf den Kampf Simulator zu erhalten. Geil. Titan. Alter, was? Ich konnte Titan, den mythischen Koloss der Graslande, erfolgreich im Kampf Simulator reproduzieren. Was? Bitte hilf mir dabei, die Kampfdaten zu sammeln, damit wir die Beschwerer Materia erzeugen können. Alter. Ist das krass. Chadley Combat Simulator. Okay, die sind auch gesperrt. Feldforschungsstufe 1 heilen. Kämpfe in einem Dreier-Team gegen Ungeheuer aus den Gras landen, um mehr über die Eigenschaften in Erfahrung zu bringen. Bioanalyse, kenne dein Feind, Anfänger halte. Aha. Okay, ich mach mal 1. So. Die 3. Tiefer ist halt einfach die beste. Hallo? Oder 1 von 5. Wow. Das ging schnell. Ja, wieder WP erhalten. Das ist kein Viecher. Ja, wieder WP. Schwert, das vielleicht 70, 80 Kilo wiegt so rumschleudert. Als wäre es gar nichts. Los geht's. Jetzt. Mit Schuss. Also das ist schwer, wie schwer das sein muss. Ich hab noch so eine Replika gehalten. Die Dinger sind echt richtig hardcore. So, Runde 4. Ochs. Flammensturm habe ich ja, ja. Ja, ich will gleich mal angucken. So, letzte Stufe. Ich hab noch mal angucken. das war materia stufe ist 2 auf einmal besiegt ja tiefer sie alles weg mit sie macht mehr schaden als cloud definitiv abgeschlossen heilen sehr gut das war jetzt nicht alles ist meist dann immer mal auf cam leute simulator fängt an dich zu langweilen was ja so leicht ich dir mit irgendwas behilflich sein kann so war das mache ich mache ich aber er hat ja schon hat ja schon heilen stufe 2 stufe 1 ja dann die hat luft ich gebe dir auch mal heilen was hat sie doch noch gebet nee chakra ah genau das ist das gebiet tp la gruppenmitglieder barrett hat gewitter und tp boost red hat toxin dann kriegst du heilen ok ja die open world die macht natürlich alles noch ein bisschen auch ich bin mit meinen leuten noch reden was alles noch komplexer jetzt willst du dich man wollte nicht reden besteh es nicht ach komm wie geht es erstmal die open world so ein bisschen was ist das denn hier ich kann es nicht markieren ich kann es nicht markieren auch immer regionale analysefortschritt berichtfortschritt funkturm kampfplatz es bei kristall lebensquelle und proto substanz aha dann ist das lebensquelle okay das ist proto substanz alter das ist nur die grasland region hier und die welt ist riesig ich sag's nur okay ich kann ich ja wahrscheinlich macht es auch mehr sinn wenn ich dahin reite später warum kann ich nicht mit euch reden gutes timing pico ist gesattelt und gestriegelt hier bitte mit dieser pfeife lassen sich chocobus rufen weil man kommt der welt kannst du mit deinem kannst du dein chocobus r1 zu dir rufen entsteht dann bestimmten anderen gebieten funktioniert dies nicht um in eine region reiten zu können musst du dort allerdings erstmal ein chocobus fangen gibt es hier jemanden der noch nie geritten ist in dem fall sollten wir erst auf unserer übungsstrecke trainieren ich führe ich hin die hier frei rumlaufen können ist schön und die hau noch nicht ab hier halten wir unsere chocobus für die rennen topfit was für rennen die chocobo rennen die im gold saucer veranstaltet werden farmen aus aller welt nehmen daran teil und ihr seid auch mit dabei seit meine älter und verlassen haben nicht mehr aber das wird sich schon bald ändern ich habe dann nämlich noch eine rechnung mit jemandem offen naja aber noch ist es nicht so weit zunächst müsst ihr lernen nicht aus dem sattel zu putzen also schnappt euch einen chocobo und meldet euch dann bei mir so weit so gut dann dreh doch gleich mal eine runde dann können im sattel kannst du zeitrennen bei galopp die chocobo auf die probe stellen passiere die zielpfähle auf dem farbgelände der reihe nach so schnell wie du kannst springen galoppieren ja auch wenn du beim galoppieren erneut r2 drückst dann kannst du sprinten ja komm ja dddddddddddd girls War gut. 40 ist die Zeitvorgabe. Das schaffe ich aber locker, oder? Yeah. 30. Naja. In der Form habt ihr gute Chancen, ein Rennen zu gewinnen. Vielen Dank für deine Hilfe. Oh, da fällt mir ein. Ihr seid doch knapp bei Kasse, oder? In Kalm könnt ihr euch sicher noch etwas hinzuverdienen. Da Shinra sich verzogen hat, kann man wieder gefahrlos hin. Schaut doch mal vorbei. Woher weißt du das? Ach ja, könntet ihr vielleicht vorher noch mit meiner Schwester sprechen? Irgendwas beschäftigt sie ziemlich, aber sie will mir nicht sagen, was es ist. Seit Mama weg ist, ist sie immer so niedergeschlagen. Sie hat sie sehr geliebt. Willst du deine Dienste anbieten? Dafür ist keine Zeit. Wer reist, braucht aber Geld. Hm. Ach komm. Wer alles kann, pack doch gern mit an. Cloud kümmert sich als Alleskönner prinzipiell um jeden Auftrag, der eben lukrativ erscheint. Ja. Gaststätten oder auf Dorfplätzen finden sich schwarze Bretter, an denen Aushänger mit Jobs für Alleskönner hängen. Wenn du einen Auftrag am schwarzen Brett annimmst, wird der Aufenthaltsort des Auftragsgebers auf deiner Karte markiert. Ach ja, du kannst hier Orte freischalten. Werde dein Ziel über die ganze Welt verstreut, finden sich Chocobehaltestellen, die derzeit außer Betrieb sind. Reaktiviere sie, indem du ihr Schild wieder aufstellst. Ah ja. Be 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 be. Wie gut sie alle mitkommen jetzt. Ja. Chocobehalt. Chocobehalt. Nur, dass man die ganze Zeit das Hinterteil sieht, muss ich jetzt auch nicht haben, aber. Aber man kann es ja noch markieren mit R. Kann ich da mehrere markieren? Wie schnell die sind. Ne, aber da können sie nicht runterspringen. Das Geschwindigkeitsgefühl kommt so gut rüber gerade. Oh, wie süß. Die können wittert. Such. Nichts gefunden. Ich will jetzt nicht die Orks da triggern. Ist das da oben? Oh nein, das ist da oben. Wo ist denn da rauf? Was ist denn die Eule hier? Oh nein. Deine arme Chocobos. Was ist denn hier? Ah ja. Eine Entdeckung gemacht. Sieh noch, Cloud. Du bist auf eine Lebensquelle gestoßen. Du solltest hier unbedingt einen Scan durchführen. Indem du aus dem Wissensschatz des Planeten schöpfst, kannst du mehr über diesen Ort erfahren. Ah ja. An Lebensquellen kannst du Analysen zur unterirdisch verlaufenden Lebensstrom durchführen. Auf diese Weise langst du Wissen über die umliegenden Orte. Wenn du dem Ruf einer Quellenäule folgst, wird sie dich bestimmt zur Lebensquelle führen, wo sie ihr Nest hat. Das ist doch eine Lebensquelle. Aha. Aha. Die Gruppe hat 5 WP erhalten. Die Schichte von Kai, mein neuer Regionsbericht wurde hinzugefügt. Durch Analyse der Lebensquellen kannst du das Wissen des Lebensstroms entschlüsseln und in Regionsberichten festgehalten werden. Du kannst diese Regionsberichte über die Taste, Chat, Regionsberichte und so weiter Wissen erweitern wie Region. Alles klar. Gut. Alles, was uns Erfahrung bringt, ist gut. Es gab tatsächlich einige neue Informationen. Quellen des Lebensstroms sowie diese existieren an vielen Orten. Die Menge an Marco, die dort fließt, ist gering. Daher sind sie für Shinra nicht von Wert. Aber uns liefern sie unschätzbar wichtige Informationen. Hoffentlich findest du noch viele weitere von ihnen. Oh, das ist so schön. Gasland, Region, Regionsberichte. Aha. Das könnt ihr selber lesen. So, was haben wir noch? Kampf. Jagd. Aber das als nächstes. Ich könnte auch unendlich lang sprinten, oder wie? Guck mal, Red. Sogar Red sitzt auf der Chocoball. Oh, oh. Nein, irgendwas. Aha. Kampfauftrag. Gefräßig und giftig. Warnung. Warnung. Ich habe eine außergewöhnliche Präsenz registriert. Wir sollten uns auf Schwierigkeiten vorbereiten. Ich registriere, dass eine gewisse Ratlosigkeit in der Luft liegt. Was sieht er? Freut mich sehr, Cloud. Ich bin ein multifunktionales Analyse-Informations-System. Die meisten Menschen nennen mich einfach Mai. Meister Chatly hat mich als auditive Analyse-Assistenz für all die Ungeheuer da draußen programmiert. Von jetzt an werde ich in Kämpfen mit hilfreichen Infos zur Seite stehen. Bitte nicht erschrecken. Hier in der Nähe befindet sich ein außergewöhnliches Ungeheuer. Cloud, der Abschluss dieser Kampfmission würde einen aufschlussreichen Gewinn biologischer Daten mit sich bringen. Natürlich kannst du auf meine Hilfe zählen. Zusammen werden wie die Chocobusche schaukeln. Alles klar. Bei Kampfplätzen handelt es sich um die Habitate seltener Ungeheuer. Hilft Chatly dabei, mehr über ungewöhnliche Spezies herauszufinden, indem du sie bekämpfst und bestimmte Siegesvoraussetzungen erfüllst. Durch die Analyse der Daten kann Chatly anschließend neue Missionen in den Kampfsimulator speisen. Nach Kampf zu gehen ist keine Kochbarkeit. Seltene Bio-Raten-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Bio-Raten schützen sich vor potenziellen Alten, indem sie einen übel riechenden Geruch absondern. So konnten sie sich stark vermehren. Einige seltene Exemplare greifenden Gruppen an, um eben aus ihren Drüsen zu nehmen ein hochgiftiges Sekret ab. Damit müssen sie sogar große Dich nach die Elferdunst ins Welt. Eis ist wirksam. Nutzt ihr die elementaren Schwächen dieses Nagels, um die Schockanfälle nicht zu machen? Wer kann denn eigentlich Eis? Jetzt nachsetzen! Oh. Ja! 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 Ich zähle auf der Welt. Ich lasse die Erstdurch. Und ich lasse die Erstdurch. Uhhhhhh. Ja. Ja. Ich kann es nicht mehr. Ja. Ich kann es nicht mehr. Ja. 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 Sehr gut. Abgeschlossen. Es gab sogar 10 XP. Krampf wiederholen. Eh, das finde ich cool, dass man es immerhin nochmal wiederholen kann, wenn man es streakt. Oh, die sind so schnell wie der Wind. Guck mal, voll gut. Wie die Entfernung runter geht. Ah, da hat was gelegen. Egal, jetzt drehe ich nicht nochmal um. Oh, guck mal, sind das die Chocobot-Checkpoints. Ja. Unterwegs werden dir immer wieder freundliche Tiere begegnen. Folge den kleinen Helfern, die dir den Weg zeigen. Zum Beispiel sind sträumende Chocobo-Küken... Oh, ein sicheres Zeichen dafür, dass sich eine Chocobo-Haltestelle in der Nähe befindet. Hefte dich an ihre Fersen. Oh, da ist er. Oh, wie süß. Was hat denn der da hinten? Oh, der hätte halten müssen. Alter, komm. Klaut. Mein Schwert wiegt 100 Mal so viel bestimmt. Alter. Da muss nochmal ein kleines Windchen kommen und stößt das wieder um. Das Schild ist doch die perfekte Fläche für Wind. Na egal. Oh, es ist so schön einfach. Aber wo sich denn die Chocobo-Haltestellen was hier? Chocobo in der Graslandregion. Ah ja. Habe ich ja schon gemacht. Da sieht es auch aus, als gäbe es was am Strand. Oh. Was will ich jetzt aber doch haben? Was für Eisenerz. Oh, was ist los? Ja. Oh, was ist das denn? Man nennt sie Leitsteine. Sie führen Wanderer zu einem Schrein in der Nähe, der für eine Espa errichtet wurde. Man muss einen Leitstein zerstören, um sein Licht freizusetzen. Zögere also nicht, ihn kaputt zu machen, sobald du einen von ihnen entdeckst. Folge seinem Licht. Es wird dich zum Schrein einer Espa führen. Sie existieren an den verschiedensten Orten. In den Schreinen sollen sich riesige Kristalle befinden. In ihnen ist das Wissen über die jeweilige Espa gespeichert. Die Untersuchung dieser Heiligtümer kann bei der Verstärkung der Beschwörermaterie helfen. Ich hoffe, du findest sie. Aha. So, so. So. In den Graslanden soll es einen Schrein für Titan geben. Als Titan nach langer Zeit der Versiegelung unter der Erde erwachte, hatte das ein gewaltiges Erdbeben zur Folge. Große Landmassen erhoben sich aus dem Meer und formten die Graslande, wie wir sie heute kennen. Wer ist da runtergeflogen? Oh. Ist die Frage, wie weit können Schokobus runterspringen, ohne sich zu verletzen? Oha. Okay, das könnte doch echt lange dauern, bis ich da mal was finde, he? Wenn ich da wittere. Oha. Titan schreien Alpha. In den Espa-Schreinen schlummert das Wissen über die jeweiligen Espa in Kristallform. Durch die Analyse dieser Kristalle kann die dazugehörige Beschwörermaterie verbessert werden. Um einen Espa-Schrein zu finden, solltest du dich an den Leitsteinen orientieren. Wenn du einen von ihnen zerbrichst, wird der Licht dir den Weg weisen. Krass. Oh. Na ja, wenn du einen Espa-Kristall untersuchst, öffnet sich die Espa-Kristall-Matrix. Schau sie dir genau an und merke dir, wann du welche Tasten drücken musst. Diese Matrix verschwindet, sobald du mit der Analyse beginnst. Drücke aus dem Gedächtnis heraus die richtigen Tasten zum richtigen Zeitpunkt. Alter. Das ist gar nicht so leicht. Um die Daten des Kristalls erfolgreich zu extrahieren. Gelingt dir dies, wird die Espa im Kampf-Simulator geschwächt und die Beschwörermaterie verstärkt. Alter. Okay, das ist Hardcore. Vor allem, wenn es mehrere Tasten sind. XXXX. Okay. Ja gut, es geht noch. Titan sieht dies aus. Attack on Titan. Bleibst du ein Titan-Kristall analysiert. Yay. Fünf Weltberichte angelegt. Was? 18% schon. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Espa verstärken. Vor allem, man hat nur einen Versuch, ne? Das ist schon heftig. Die Chocobus sind auch krass resistent. Cloud, die Protosubstanz sollte ganz in der Nähe sein. Schau dich doch einmal genau um. Du wirst sie sicher erkennen. Ah. Wette, die Tür ist zu. Ah, war klar, ne? Was ist das denn? So ein Äffchen. Guck mal. Ah, ha, 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 ha. Hm. Ja. Alter. Das ist doch garantiert ein kleines Vermögen wert. Vermögen, Vermögen. Hä? Was ist eigentlich ein Vermögen? Bist du dumm oder was? Etwas, das alle mögen. Wow. Also ein Schatten. Hä? Kenne ich euch nicht. Äh, was macht ihr denn hier? Aus den Slums? Ja, ist klar. War das so, ja? So ein Schwachsinn. Das wüsstest du gern, was? Sieht vielleicht ein bisschen schäbig aus, aber was zählt, sind ja die inneren Werte. Ich spüre, dass es das Ding in sich hat. Hat voll die Kasselstrahlung und so. Wenn wir das verkaufen, sind wir reicher als reich. Super reich. Nämlich? Cloud, sieh nur. Das ist doch... Die Slums sind was für Kleingeister. Genies wie wir brauchen Platz, um sich zu entfalten. Ja, Mann. Wir sind jetzt eine Firma. Haben die was an den Kopf gekriegt? Shinra hat das Makro für sich entdeckt. Und wir, wir werden mindestens genauso stinkreich. Alles, was wir brauchen, ist unser Schatz. Unsere Firma wird jeder vermögen. Den Satz bescheuert. Ihr habt es auch auf das Ding abgesehen. Ihr habt es aber zuerst gefunden. Hedge-Man, das ist unser Vermögen. Hunger, Hunger, Hunger. Wenn ihr euch quer stellt, dann. Du glaubst doch nicht, dass du uns damit einschüchtern kannst, oder? Oh nein, es ist alles aus. Das ist unser Ende. Ich stelle mich tot. Ich stelle mich tot. Haltet die Klappe. Ihr Halbappen. Willst die Lausche und hört mir zu. Ich habe einen genialen Plan. Hunger. Ich nenne ihn... Operation Lockhugel. Lockhugel. Oh, ein Lockhugel. Oh, ein Lockhugel. Lockhugel. Ein was? Aber gibt es denn Hügel mit Lockhugel? Oh ja, euch. Alter, ihr seid doch Pfeifen. Ich verzahle euch Vögel in den Frisörbesuch. Wie ihr das überlebt. Ich bin schon beide versteckt. Verflucht. Jetzt wird's harig. Jetzt das Rechte. Komm mal. Ey. ab step oder so ist ja macht der uns schuld chrono fällt so spirit ich habe nichts zum heilen bei ihr ja ja da willst du denn hin zauber fort jetzt mit dem zauber fort ja magische allheilung oder magischer cocktail wert ja sprengfaust sie ist im besitz von die das erklärt es zum glück konnte ich hier ziel bereits lokalisieren ich schicke die koordinaten da wir ganz schön gelitten du der ist jetzt dahinter gelaufen da bist du wahnsinnig warte mal ich muss erstmal was kraften da war noch mal das baustrufe 2 ist wachmacher so äh synthese fp oh ich hab gerade mal spray so jetzt drei heiltränke brauchte er eieieiei so ach unten sieht man die synthese stufe auch ich bin so ein held so stufe 4 super trank geht ja schnell ja für die kleinen sachen bekommt man natürlich nicht mehr so viel was macht das noch mal der alt 350 dp und 20 mp heiltrank äther, ne das ist Quatsch heilt spray sehr gut die haben mir ganz schön zugesetzt die Jungs, die waren echt nicht leicht so, da gucken wir mal, da ist noch ein Turm mhh 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 ach es ist so schön es ist so schön leider weiß ich dass dadurch auch viel zeit drauf geht im spiel und man echt nicht so viel story sieht wie man möchte beziehungsweise ich sehe nicht so viel story wie ich gerade zeigen möchte er ist jedoch deutlich moderner aus der funktur ich zähle auf dich ich übernehme da kann ich eigentlich raufklettern das macht immer spaß im spiel wenn man einfach die karte aufdecken kann jetzt noch einen kampfplatz abgeschlossen kuppenstufe 2 so jetzt noch auf was ist das hier weltbericht beistand da klettern ich mach auf wenn man normal klettern geht auch nicht man kann immer da so hoch hüpfen aber die ganze bande ich könnte das nicht es könnte wahrscheinlich kaum einer außer so die free climbing experte was Schlupfhausen in Riesig, oder was? Hügel der Jadebrise. Schatzversteck. Drei Schätze. Noch eine Mogri-Medaille. Klasse, die findet man einfach mal so hier. Aha. Mogri-Häuser erinnern von der Form her an große Pilze und werden von Fabelwesen namens Mogris bewohnt. Du kannst hineinschauen und einen Blick darauf werfen, wie die Mogris leben. Ist das ein Pilz? Mog. Ja, natürlich. Natürlich gucke ich mir das an. Aber was? Da guck mal daneben, fliegt da rum. Herzlich willkommen, Kupo! Kupo! Es tut mir aber leid, Kupo. Wir haben noch geschlossen, Kupo! Kupo, 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 Kupo! Meine Kinder wollen nicht zurückkommen. So kann ich den Laden nicht öffnen, Kupo! Deswegen hätte ich eine Bitte an dich, Kupo! Bitte sammle die Kinder ein und bring sie allesamt zurück ins Mogri-Haus, Kupo! Wenn du das tust, kann ich auch den Laden endlich wieder öffnen, Kupo! Wow! Die sind aber auch süß, wie so Koalas mit Flügelchen und Antenne. Vielen Dank, Kupo! Die Mogri-Kinder veranstalten jede Menge Schabernack. Weiche ihnen aus und bringe sie alle zurück ins Mogri-Haus. Du kannst sie dafür entweder verfolgen und so in Richtung Haus lenken oder sie direkt schnappen, nachdem sie in einen Wirbelwind geraten sind. Doch, pass auf! Die Mogri... Was? Falls die Mogri-Kinder nicht dreimal erwischen sollten, ist das Spiel vorbei. Oh nein! Das war fies. Was? In einen Wirbelwind? Okay, jetzt! Wie drüber! Okay, da ist ne Bombe noch. Der ist ja recht einfach. Der ist ja schon mal das Bananen. Super Mario. Halt. Alter. Okay, die Bomben sind krass. Die haben großen Explosionsradius, oder? Ja. Ich hab alle Moki-Kinder gefangen. Bitte, Kupo. Am Ende ist das sowas wie Huzo, oder so. Das wär voll lustig, wenn das so ein Chip-Fort ist. Danke, Huzo. Ah, süß. Du hast viele Raritäten und Schätze. Du kannst sie gegen Moki-Medaillen eintauschen, Kupo. Alles klar, du hast es geschafft, alle Moki-Kinder nach Hause zu bringen, sodass der Moki-Laden endlich seine Türen öffnen kann. Du kannst die Moki-Medaillen gegen eine oder andere Gegenstelle eintauschen, ja. Eta-Rubin. Ein wunderschöner Edelstein mit rotem Schimmer, kann mit einem Chocobo gefunden werden. Okay. Dafür bräuchte ich 10 Medaillen. Wie viel hab ich denn? Drei. Scheiße. Arteria-Ohrring-TP-Boost. Ein Accessoire, das ein Träger einer gewissen Materie ermöglicht, ohne dass er ausgerüstet ist. Okay. Schwertkunst-Band 1. Eine Einführung in die Schwertkunst, mit der sich Clouds Waffenpunkte vermehren lassen und Tiefas Waffenpunkte. Krass. Es gibt insgesamt noch sechs weitere Moki-Häuser, Kupo. Ich würde mich freuen, wenn du auch dort helfen würdest, Kupo. Je mehr Läden wieder öffnen, umso mehr Waren können wir anbieten. Das können wir aber nur mit deiner Hilfe schaffen, Kupo. Alles klar. Super. Es gibt auch so viel zu tun. Gut, Leute. Ich würde sagen, das reicht für den Part. Wie immer danke ich sehr fürs Zusehen, für die Likes und die Kommentare und nächstes Mal sehen wir uns wieder zu Final Fantasy. Können wir wieder speichern hier. Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis dann.